es sieht so aus dass wir noch fünf level vor uns wuchernde wild west da ist ein stemmen das ist auch ein das ist nicht so weg mit euch das ist hier noch irgendwas das hier ist ich Das habe ich nicht bekommen. Hänge ich erstmal hier runter. So. Das will ich noch nicht machen. Ich möchte erstmal hier rein. Hallöchen. I'm one now. So. Ah, Mist. So. So. Was haben wir denn hier? Schöne. Warte mal. Ich gehe erstmal dort was. Ich möchte mal rausgucken, was ich hier so verstellen kann. Und da kann ich auch schon direkt... Oh, ich sollte mich jetzt erstmal... Guck mal. Das ist das. So. Wo bin ich denn? Äh, wo bin ich? Ja, bin ich. Ich muss mich fallen lassen. Oder oben. Na, 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 na. Da bin ich echt so hochfahren. Da ist einfach mal so eine Scheibe. Hallo, ich nehme das Geld mit und tschüss. So, hast du jetzt davon. Was ist das jetzt davon? Also ehrlich? Du bist doch Shy Guy. Man ärgert keine Tots. Die nächsten zwei Level. Okay, das heißt, wir haben wirklich nur noch vier Level vor uns. Oh, der arme Pixel-Torz ist einfach gestürzt. Erstmal gucken, ob der Pixel-Torz sich hier irgendwo versteckt. In Saft. Ich wollte einfach mal gucken, ob ich das auch hier abziehen kann. Okay. Sprint über die Bröckelstraße. Oh, nee. Ah, wie immer. Ich kann das aufhören. Okay. Okay. Oh, nee, nee. Oh, na, 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 na so. Ich lasse mal die Paracours leben Vielleicht ist ja eine Mission Lass die Paracours leben So So, sind wir hier oder nicht? Das wollte überhaupt nicht klappen Warte, muss ich das vielleicht? Ah, ich hoffe mal, dass ich da hinten Rücken kriege Aber wie soll ich das denn? So kann ich es schon mal nicht aufnehmen So viel steht schon aufpassen Ich warte jetzt erstmal, bis sie wieder unten sind So, jetzt So, jetzt warte ich erstmal So, jetzt Okay, das hat Spaß Keine Parapünktchen besiegt Ich wusste es Natürlich wird es auch mal eine Mission andersrum geben Okay, hier ist ein Schmuck 2-9 So, jetzt Ah, super So, jetzt Gruselhaus der vielen Türen. Tatsache, nur noch drei Level vor uns. Okay, ich lasse euch mal Bumbass sein. Nein, 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 fuck, ist das schön, fuck, ist das schön. Also. Muss hier noch, aber was? Für mich ist das jetzt uninteressant, wenn ich durch diese Tür gehe, wo komme ich dann raus? Da ist ein Zaun, okay, dann einfach mal. Oh, okay. Oh, das ist schön. So, ist es mal hier? Ampets, okay. Was hat das jetzt? Ah, ich sehe. Okay, ich feiere die Levels wirklich richtig hart. Tippstellen, noch viermal berührt, okay. Ein kleiner Tipp für fleißige Abenteurer. Du kannst durch die Seiten des Episodenbands besitzen, den du den Touchscreen berührst. Berührst du den Rand einer einzelnen Seite, sprichst du direkt dorthin. Okay, den muss ich machen. So viel stehe ich schon mal fest, weil ich kann hier auch nicht runterspringen. Genau, also muss ich hier noch. So, zwei. Warte mal nochmal, ich muss nochmal neu machen. Ich glaube, ich habe mich gerade verzählt. Okay, also zwei. Äh, 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 Lau, oder so? Nein. So. Zwei. Ah, viermal, ne? Genau. Drei. Äh, nochmal. Level verlassen. Ich muss es mir nochmal durchlesen. Nur viermal berühren. Okay. Also ich muss definitiv hier durch. Das bleibt hier nicht anders aus. Den Kumpel mache ich jetzt planen. Das heißt, ich muss in dem Sinne das hier drücken. Alles andere bleibt mir nicht erspart. Das wäre schon mal Nummer eins. Und damit ich weiterkomme, muss ich nochmal machen. Also Nummer zwei. So. Was ist da der Sinn? Aber dann sind es doch mehr. Wie soll man das in vier Zügen machen? Ich glaube, ich suche mir erstmal den Tod. Dann überlege ich mir eine Strategie. Ich habe die Steine noch viermal berührt. Was hat das denn gehen? Ich habe die Steine noch viermal berührt. Ja, schon mal nicht. Ist ja was. Nö. Ist auch nichts. Ist ja was, Nö. Hmm. I hear I'm fenceda. So, Tippsteine noch viermal berührt. Wie soll ich das denn schaffen? Weil ich sicher auch kein geheimen Durchgang, dass hier irgendwas kaputt ist. Das heißt, das hier muss definitiv gemacht werden. Du fischst dich schon mal fest. Es werden schon mal zwei. Dann kann ich vielleicht so spinnen, so... Natürlich nicht. Ist hier vielleicht irgendein geheim... Ach, warte mal. Drei... Vier... Aber ich kann ja auch so runds mal. Und dann muss ich ja nichts mehr verschieben. Nein, ich... Warte mal... So. Gibt es so lange von mir her? Schnell zum Stern. Alles andere ist egal. Jetzt muss ich diese Mission auch geschafft haben. Gut. Oh, wir können wieder Münzen machen. Ich nehme dann wieder und zack. Und 263 ist hier weniger als vorher, aber trotzdem. So, das vorletzte Level würde ich mal sagen. So, das ist alles. So, es war ich. So, was ich mir ist. So, das war' ich mir nicht. So, was ich fahre? Untertitelung des ZDF, 2020